noch etwas sag ich mal einfach so etwas total fantastisches was mein lebensgefühl unglaublich gesteigert hat das sind also diese inline skates gibt es da das sind halt jetzt welche mit große rollen die gibt es aber auch mit kleinen rollen die funktionieren auch ganz gut und bei inline skates also ich habe mir die ursprünglich mal gekauft weil es mir ständig meine fahrräder geklaut haben und irgendwann habe selbst im auto auf dem auf dem gepäck träger und so weiter und dann haben wir gedacht ja jetzt wenn ich mich trotzdem flott vorbewegen fortbewegen will dann bin ich auf inline skates kommen da wird also eine flut angeboten zum beispiel jetzt bei ebay klein anzeigen da bieten da bieten sie diese gebrauchten inline skates an so zwischen 10 und 15 euro was mal ursprünglich 100 und 150 euro kostet haben und also und man soll auch keine billigen kaufen weil die funktionieren nicht so gut also sie müssen mindestens so ein neupreis haben von 100 oder 150 euro wenn sie das mal ehemals gekostet haben dann kann man sie die auch gebraucht kaufen gibt es also ganz günstig wird einem praktisch hinterher geschmissen und was da ganz toll ist bei dieser sportart also es wird wirklich jeder muskel im körper beansprucht und vor allem für männer also wenn zum beispiel männer so sag ich mal so im alter so die sexuelle leistungsfähigkeit und so weiter nach ist dann hat es oder auch bei frauen dann hat es hauptsächlich hat immer was damit zu tun weil dieser ganze genitalbereich diese feinen muskel die man da hat so in den innen schenkeln und so weiter die die sind einfach schlaff schlapp geworden und schlaff und da würden diese da wird dieses inline skating wie irre also da werden diese ganzen muskeln da im oberschenkel bereich und im unterbauch und die werden da wieder alle beansprucht und man fühlt sich danach so was von gesund und so viel unwohlsein und und so kleine lapidare schmerzen und was man halt so hat das geht dadurch diese ganze beanspruchen von dem ganzen körper auf während des wenn man inline skated das wird da alles so wieder durchblutet also da verliert man eine vielzahl von schmerzen und unwohlsein weil der körper da halt so optimal zusammenspielt als es macht gibt ein unglaubliches gesundheitsgefühl und es werden so viele muskeln wieder reaktiviert die man so als zivilisationsmensch die wo halt einfach im laufe der zeit total versacken die werden dadurch wieder reanimiert und revitalisiert und klar man muss natürlich am anfang ist vorsichtig üben ihr habt es dann auch so gemacht es dauert so zwei drei vier tage so auf dem parkplatz so bissl und dann hält man sich aber immer mehr so auf den beinen und es macht unglaublich viel spaß ist unglaublich gesund und das ist nachdem ich wirklich also so ziemlich alle sportarten durch habe ist das mit ein highlight das ist kann nur noch übertroffen werden von also so meine erfahrung das hat nur noch übertroffen werden können von windsurfen da wo ebenfalls der ganze körper so dermaßen voll im einsatz ist wenn du da auf dem wasser bist du siegel halten muss schon aufpassen dass es runter falsch und genauso ist im inlineskaten da ist der ganze körper und der ganze mensch voll beansprucht und es läuft einfach spielerisch und damit macht man sich wirklich eine freude also ganz toll 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 sollte jeder ältere mann machen der sich wieder fühlen will der wir sich als 20 jähriger gefühlt hat und bei frauen weiß ich nicht aber da ist es ja ähnlich also eine klare empfehlung von mir kann man auf jeden fall mal testen diese 10 oder 20 euro wenn man sie die gebraucht kauft so aus dem ebay kleinanzeigen und so weiter super super sache